Wings Platinum bietet die Möglichkeit, Multi-Display-Konfigurationen aus bestehenden Projekten zu importieren. Ich erweitere das Plus vor Screens, klicke auf Screen 1 und mit der rechten Maustaste in den Media-Pool. Ich wähle Importieren der Multi-Display-Konfigurationen. Dann wähle ich das passende Projekt und entscheide, von welchem Screen die Displays und das Display-Warp übernommen werden soll. Außerdem kann ich wählen, ob eventuell bestehende Displays erhalten bleiben oder gelöscht werden. Zusätzlich entscheide ich, ob die Softage-Masken importiert werden sollen. Ich klicke auf Display 1 und sehe im Eigenschaftsfenster, dass das Display-Warp übernommen wurde. Jetzt muss ich nur noch den Screen anpassen. Ich wechsle in die Eigenschaften und stelle das richtige Seitenverhältnis und die richtige Größe ein. Ich wechsle in die Augen. Vielen Dank.